Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Scorch of Wasteland. Bitte mal, das ist mit dem Töppi, Marzer Töppi. Hallo. Er dreht sich im Kreise. Hier über uns ist ein Agentams am flattern, den könnten wir vielleicht mal auch einverbrettern. Er greift uns unsere Tiere an. Ja, aber erstmal wollte ich dir zeigen, was der Töppi hier schon Fleisch gebaut hat. Ich war nämlich gerade... Oh, oh, nee, jetzt ist keine Zeit, der kommt runter. Nee, der geht wieder hoch. Kann man den Bohlen, weißt du das? Bestimmt nicht. Erstmal alles passiv pfeifen hier. Und dann müssen wir erstmal einen verpassen da oben. Der ist doch nicht schwer. Los. Vorhalts. Hast du getroffen? Du warst zu weit vorgehalten? Nee. Darf ich jetzt. Ich auch zu weit. Ich hab ihn. Jetzt hast du ihn, okay? Ich nehme mal eine Bohle an der Hand. Wo ist mein Bogen dann? In die Rübe. In die Rübe. Oder geht nicht. Ist egal. Ist so viel. Laufen, 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 laufen. Komm hoch. Level 16. Hau da ab. Ich glaube, ich geh los. Noch mal getroffen. Komm zurück, du blöder Geier. Also, oh, Entschuldigung. Gesundheit. Das war bestimmt laut. Komm zurück, du doofer Geier. Wo ist er jetzt hingeflogen? Er fliegt weg. Jo. Und zwar richtig fliegt er weg. Was ist denn da oben? Guck mal, da ist ein Tier im Baum. Hä? Wo, in welchem? Hier, bei dem hier? Hier, bei mir. Guck mal hier, wo ich hingucke. Siehst du? Na hier, wo ich bin. Siehst du mich hier? Hüpfen, hüpfen. Ja. Jetzt guck mal da oben im Baum. Da wedelt ein Schwanz. Ach, ey. Oh, das ist so ein Drachen, Ding. So ein... Ja. Drachen. Ai, ai, ai. Wie kommt der denn da hoch? Das weiß ich auch nicht. Der ist ja Vogelhänd, verdammt. Der ist weg. Der kommt wieder. Ja, wir brauchen noch einen Wolf, haben wir gesagt. Genau. Aber holen wir den her. Käfer ablutschen. Oh ja, zack. Na, dann gucken wir mal. Sollen wir hier ein paar reingehen? Hier war doch immer was. Hier ist ein Känguru. Könnten wir schlachten. Könnten wir auch betäuben. Hehe. Wie viel Level hat der denn? 36. Ich hab keinen Plan, wenn man den Sattel macht für den Känguru. Ja, wir brauchen Silikaperlen, um uns schön einen Hut zu basteln. Und wir bräuchten am besten noch einen Wolf halt. Damit wir vorankommen. Obwohl, wir haben doch einen Raptor und einen Wolf. Warum laufen wir ihn eigentlich zu Fuß? Naja, einen Raptor. Müsst du mal einen Sattel erst bauen? Oder ist da schon ein Sattel drauf? Hast du den nicht gebaut? Oder sollte ich den bauen? Ich sollte den bauen, ne? Warte mal. Nee, ich hab einen Raptor-Sattel tatsächlich. Wir lernen zumindest. Ich baue den. Aha, sehen Sie. Da war noch was. Wir wollten nämlich auf einmal alles bauen. Wir können ja mal dann in Richtung roten Kristall da gucken. Da waren haufenweise Kanus und so ein Zeug. Da wird doch auch was erzählbares dabei sein für uns. Einen netten Wolf. Einen zweiten. Was haben wir hier? Wir haben ein Weibchen. Noch ein Wölfchen. Ja, sehr gut, ja. Ich geh mal kurz gucken, noch Zeug hier. Ja, gehen Sie mal kurz gucken, noch dem Zeug. Ich tue hier noch ein bisschen Level. Noch gut, 20 Wut. Heute Morgen, Katz. Kann schon reiten. So, so. Wendemanöver einleiten. Ist wichtig. Wir werden in Angriffsposition stehen. Nicht hier Anker einquetschen. Jawohl. Eigentlich auch. So, hepp. Wäre soweit. Hast du deinen Sattel? Was fehlt dir denn? Eben, ich brauche noch Holz ein bisschen. Deswegen geh kurz mal hacken. Kann ich einen Sattel bauen. Da hast du eine Anke. Okay. Soll ich in der Zwischenzeit mal versuchen, die so ein Vieh zu... Das klappt sowieso nicht. So eine Murmel. Hallo Murmel. Seh mir die Rübe schieße. Ah, dann versaue ich die ganzen Pfeile. Ich habe außerdem nur noch 17 Stück. Ich habe dann schon viele verballert für den blöden Vogel. Der dann abgehauen ist. Frechheit. Frechheit. Ja, genau. Ja, wie ihr seht, sind wir schon hier in dieser Wüstenkleidung. Ja. Wir haben ja schon fast perfekt. Bis auf den doofen Hut. Kannst du? Ja, da ist drauf. Okay. Ja, dann. Wo läuft der jetzt? Ja, kurz die Wichtlose werden. Gewichtlose werden. Die Wichtlose werden. Die Tasche. Achso. Holz vor der Hütte noch. Kaktus hast du dabei zum Futtern? Das habe ich nicht dabei, nee. Ja, in der Molli hier. Molletabs. Da ist genug Kaktus drin. Ja. Dann reiten wir eine Runde darüber. Da kommt noch ein weißer Strahl runter. Den können wir auch noch ausräubern. Ach, da unten steht sie. Nee. Das ist direkt hier in dem. Nee, da war das drin. Gerade. Na, dreh dich. Da war nichts drin. Nee. Molletabs ist kein Kaktus drin. Ja, dann hier. Ich habe jetzt sie. Hast du? Ich habe schon. Ja, ja. Okay. Bei dem anderen bei Molli war das drin. Ja, komm dann. Gehen wir mal. Gehen wir mal gucken. Schauen wir mal. Hier müssen wir aufpassen. Ich weiß, hier oben. Da, guck mal, guck mal, guck mal. Da, siehste. Ja, da liegt. Ah, okay, ja. Der Herr Steinewerfer. Ja. Kommt man da drumherum oder können wir den weglocken? Ich glaube, wir kommen drumherum. Warte, ein bisschen weiter rechts. Okay. Steht das auch? Sieht aber verdammt nah aus. Wenn der aufsteht, heißt es aber lauf. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Was ging? Da hinten ist der Strahl. Hier ist mein Käfer zum Ablutschen. Der startet gerade durch. Da ist auch noch ein Geier. Wölfchen muss Kacka machen. Prima. Oh, oh, oh. Kanu. Ja, ich sehe. Ich loote schnell. Eine Zwille, naja. Na ja, ich loote trotzdem. Die Zwille schmeißt Dreck weg. Ist nur unnötiges Gewicht. Der Kalu und der Geier kloppen sich. Ne, ne, da wollen wir nicht hin, oder? Ne, wollen wir hier runter, oder? Ja, gehen wir mal runter gucken. Da ist so eine Molli. Vorsichtig, ne, immer aufpassen. Am besten mal auf den Stein. Ich komme auch hoch. Was haben wir denn hier? Die ist eine schöne Oase. Toll. Aber ich sehe auch keinen Wolf. Ne, ich auch nicht. Weil ich bin. Da hinten ist ein Geier. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt kriegen. Und so ein paar Pfeilchen. Hier, das Pfeilchen hängt fest. Witzig mehr. Nicht mehr. Viele bunte Pflanzen hier. Sehr bunt. Sehr hübsch hier. An dieser Oase. Ja. Trinke ich doch mal einen Schluck. Schluck, Schluck. Schluck. Die Rennviecher. Die sind extrem schnell. Der Gully-Ding ist da. Der Gully-Ding ist oben da. Das stimmt, ja. Die sind echt gut. Aber ansonsten gibt es hier nichts. In dem Ding vielleicht drin. In dem Bach drin vielleicht ein paar Perl. Auf und Weise Fische. Könnte sein. Guck dir da so eine ganze Haarschule Fische. Ja. Ja. Dann, dann. Nee, ihr Fisch klein. Dann, dann. Fische verkammeln direkt. Also sonst ist hier eigentlich gar nichts, ne? Nee. Auch kein Eisen. Da rennt ein Skorpion. Wo ist da? Ein bisschen unterhalb. Ich bin... Siehst du mich? Nee. Bin ich nicht, honey. Ich komme mal zurück. Ich war an einem Fluss. Ich bin ja beim roten Strahl. Bin ich jetzt hier? Direkt? Oh ja, das ist ganz weit weg. Ich wollte mal in die entgegengesetzte Richtung. Nicht in unsere Richtung hier, wo ich herkomme. Rechts von dir. Weil, ähm, da geht es halt so ein bisschen an die Berggante. Da sind zwei Geier. Habe ich gesehen. Ja. Aber vielleicht gibt es da oben auch noch Eisen. Weil die Gegend so ein bisschen erkunden. Eisen wird es da eben. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall einen Säbelzahn. Ich glaube, ich habe hier eine Perle. Warte mal. Ja. Ich habe hier 16 Silizia-Perlen. Sehr gut. Da können wir uns Mützen bauen. Oh, ein paar. Weee. Help. Help. Oh, help. Help, help. Oh, wei, wei, help. Ich hänge fest. Oh, wei, komm. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, deswegen. Geh weg. Nein. Jetzt kämpft er gegen den Degen. Ich wollte das weglaufen. Okay. Haben wir locker platt gemacht. Hier sind noch zwei selbe Zahn. Ja. Da sind wir die. Na klar. Rander. Zack, zack. Ja, haben sie mich wieder im Kröger. Denk mal, ne? Die Degen sind dabei. Auftanken. Okay. Um nächstes noch mal so ein Säbelzahn. Ja. Der kämpft jetzt gerade mit der Anke. Aber von wegen, Metall ist hier sicher. Ich sehe kein Metall. Die sind ja schon weiter hoch. Ja, lass sie sich mal da kloppen. Hier mal gucken. Weiter hoch. Nix ist hier. Ich wette, hier ist nun gleich irgendwo ein fieser Stein. Ein Horny Dragon. Ein Horny Dragon. Sollen wir den verbrezeln? Den nehmen wir auch mal auf platt, oder? Oh, hier ist noch ein Säbelzahn. Pass auf. Ich nehme mal den Säbelzahn. Ich habe den Horny platt gemacht. Oh, lass du den mal auf. Ja, kommt noch ein Skorpion. Pass auf. Okay. Okay, hast du noch einen Vorweg? Ja, lass auf. Wie viel Leid Leben hat er noch? Deiner. Ist schon du angeschlagen? Ein Füßel, dann geht doch. Hat erledigt. Schnell mal ein bisschen Level. Ja, ich würde gerne, warte. Ich pumpe meinen Raptor mal ein bisschen hoch. Leben. Äh, meinen Raptor. Den Wolf. Das kostet aber hier, die hoch zu pumpen. Das ist richtig viel Fleisch. Hätte ich gedacht. Da sind noch zwei von den Dragons da. Ja. Sonst ist die jetzt gar nichts. Die platt machen. Kiegt man hier nicht. Teufel. Ja, die müssen wir nehmen. Die müssen wir nehmen. Den ist natürlich krank. Jetzt kommt der Pass auf. Der Pony Dragon. Der wäre vielesartig. Das müssen wir auf den zweiten Ohr noch. Das Gift hat richtig übel. Oder? Nee, geht. 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 Hat der auch eine Tasche fallen lassen? Ja. Ich hab mir mal die Pfeile rausgenommen. Der Rest ist egal. Ja, nix ist hier. Kein Metall. Nix. Aber geht hier noch weiter nach oben? Müssen wir nochmal gucken gehen. Ist das hier der Eingang zu dem Drachengebiet? Wiss ich nicht. Fällt dir nicht sagen. Oh, Vogel. Oh, Vogel. Eine Anke. Ah, die Anke. Der Vogel greift die Anke nicht an. So clever ist der doofe Vogel. Oh, so ein Vogel ist normal. Ein paar Pfeile in den Kopf. Normale Pfeile. Ja, aber hier oben zählen. Willst du den wirklich hier oben zählen? Nein. Nee, ich sag ja normale Pfeile. In die Rübe. Da flog ein Drachen. So, okay. Hast du gesehen, wie schnell der down ist? Wenn er mal einen Pfeil in die Rübe haut. Da oben flog ein richtiger Drache. Hast du gesehen? Nee. Ich hab nur Angst. Jetzt. Hier aufpassen. Jetzt hab ich ihn gesehen. So weg, ja? Oh, Mist. Oh, jo, 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 jo. Wir sollten mal erst mal meiden. Sollen wir nicht gucken gehen? Neugierig. Wieder. Neugierig. Neugierig. Ich muss den gucken. Wasser haben wir kaum. Da oben liegt ein Stein im Fels. Okay. Hier ist Eisen. Ja. Hier liegt Eisen. Und hier liegt auch... Oh, wei. Ich bin schon fast voll. Hier liegt Obsidian. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Wenn du was mitnehmen kannst, dann noch kurz. Ja, ich nehme ein bisschen. Okay. Ich glaube, ich bin vorhin noch erst mal. Ja. Ich kann jetzt nichts mehr liegen. Ich hab 13 Obsidianen. Das heißt, ich glaube. Stein haue ich weg. Adlaktralle haue ich weg. Okay. Da müssen wir, wir müssen noch gucken. Wir müssen noch gucken. Wenn einer von uns gegrillt wird, dann muss der andere laufen. Wo sind wir hier? Oh, oh. Bist du noch hinter mir? Da kommt er. Da kommt er, ja. Hier, dieses andere Zeug. Hier ist ein Webelzahn. 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 Oh, ja, du. Oh, ein Kanu vor uns. Ach, hier. So fahrt, wa? Ja. Oder was immer das ist. Blöde Kanu. Ja, das ist aber noch ein Skorpion. Oh, nein. Oh, jetzt kommt er. Oh, oh, oh. Okay, welchen Level ist er? 40. 40. 40. Ja, ich steh zurück. Du brauchst einen Humpf, da kannst du nicht beißen. Okay. Das ist aber mit Angst verbunden. Uiuiuiui. Da liegt eine Tasche. Da liegt eine Tasche. Gerade zu mir. Ich sehe das auch. Hier ist noch ein Skorpion. Skorpione sind hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Kanu. Da liegt noch eine Tasche. Ja, ja. Hat gesehen. Hier auch. Betäubungsfeier. Sehr schön. Danke, danke. Der Rest kannst du behalten. Skorpione hängt hier fest. Wie? In der Tasche war es gewesen? Nee, war ich noch nicht. Weil da ein Kanu war links. Ja, jetzt habe ich auch gesehen. Aber ich sah das wieder mal nicht. Natürlich, ich habe gesagt, da ist noch ein Kanu, ich habe gesagt. Echt? Ja. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Warst du schon an der Tasche dran oder nicht? Die Tasche ist weg. Okay. Ich sehe sie nicht mehr. Oh, oh, oh. Das ist mir sehr, 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 sehr gefährlich. Ja. Glaube ich. War der riskieren oder lieber zurück? Aber man muss doch ein bisschen, man muss doch hier die Gegend erkunden. Komm, der riskieren, weil der blöde Kanu. Oh. Auch noch ein Säbelzahn. Ja. Ein Hornedragon. Jetzt kommt der Kanu. Pass mal auf, dein Vieh hochleveln. Ja. Und meins auch hier, remoten. Zack, 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 zack. Boah, warte, wie viel die fressen. Hammer. Wie viel Zeug kriegt man gar nicht raus, wird die fressen zumindest mal ohne. Ah, ganz voll muss er nett sein. Hier ist der Hornedragon. Und den machen wir auch noch platt. Komm her, du Vogel. Ich weiss dir in den... Ah, das letzte 70er Kanonist. Okay, dann mache ich den Hornedragon. Oh. Hier kommt auch noch der Kanu. Ich hab's gesehen. Komm zurück. So, jetzt habe ich den Kanu auch noch. Komm, du. Okay. Jetzt ist aber alles gut. Kommt noch ein Hornedragon. Ach, du scheiße. Jetzt wird eigentlich... Oh, weia. Heilen. Und was ist das? Weg, 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 weg. Die spawnen hier instant anscheinend. Heilen, 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 heilen. Mann, mein Wolf hat nur noch 200 Leben. Ah, meiner 400. Ich bin gerade am Hochheilen. Ich hab doch 400. Ich hab kein Fleisch mehr. Kein Fleisch mehr. Dann gehen wir mal lieber zurück, oder? Ja. Da ist noch ein selbe Zahn. Ah. Okay. Na, den schaffen wir doch. Immer Fleisch ist halt angst. Da kommt kein Fleisch aus, du Viecher, ne? Ne. Ach du scheiße hier. 300 Leben. Oh, lass uns bloß zurück, Heini. Dein Wolf sieht ganz schön schlecht aus. Ja, dem geht's auch nicht so ganz so gut. Okay, zurück, raus hier. Hier ist noch ein Säbelzahn. Lass den, ja, in Ruhe. Ab halb leben. Der rennt doch weg, der Säbelzahn. Das ist ja weggeklemmt, ja. Das ist schön, dass du so weit vorrennst. Hilf mir, Hilfe. Reite nicht bis zur totalen Erschöpfung. Lass ihn wieder auffüllen jetzt. Ja, mach ich. Das ist nämlich Teppich, Spezialist. Er reitet bis zur Ohnmacht. Gnadenlos. Bei uns ist ein Säbelzahn, nochmal. Ich seh das. Garten, das wollen. Okay. Unten, unten, äh, Skorpion auch noch. Ansonsten, Skorpion. Bei, ja. Ich bin hier rübergesprungen. Das ist schön. Hier unten war es nochmal drei. Säbelzahn. Huch, bin ich runtergefallen. Schnell weg. Ich geb Gas. Oh, war ja, jetzt nicht auch. Ich bin auch gefallen. Jetzt bin ich fast tot durch den tollen Sprung. Oh, oh. Auffüllen. Ich muss auffüllen. Ja, hier vorne ist so ein Morella-Tops fast tot. Oh, der wurde aber gejagt jetzt von zwei Viechern. Und ein Fluss ist ein totes Morella-Tops. Ja, er ist ein... Bist du mit dran? Hinter dir kommt ein Wege-Sahm. Ich hau ab, ich hau ab. Denk zur Mitte. Kommt er noch hinterher? Ja. Ja, er läuft noch. Mal gucken, ob ich ihn hier zu dem Vieh locken kann. Er hängt fest. Er haut da was. Okay, schnell ein bisschen leveln hier. Ein bisschen hoch. Heilen. So. Meiner hat wieder 400 Leben. Er kommt. Ich renne weg. Ja. Los, komm, komm, komm. Der kann ja alles mögliche andere fressen. Hier geht's raus, ne? Warum ist denn jetzt auch noch heiß? Das weiß ich nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Was für ein Ausflug. Ich höre Kampfmusik. Warum? Weiß ich auch nicht. Skorpion ist hinter mir her. Oh nein. Hä? Ich will raus. Ah, was ist denn das? Das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Ja, wir müssen hier links lang. Ein bisschen. Ich muss endlich mal, erst mal die Stamina auffüllen. Stamina, los, geh hoch. Oh, der Wolf braucht ewig, bis die Stamina hochgeht. Ich bin vorbei am Stein. Das Käse am Wolf, der braucht echt lange. Bis die Stamina hochgeht. Ah, okay. Bin auch am Stein vorbei. Aber Durst krieg ich irgendwie gar keinen mehr. Komischerweise auch nicht. Das ist nicht unsere Hightech-Wüstenkleidung. Wir haben es geschafft. Ich bin Anna am Bunker hier. Sehr gut. Warte mal, ich gucke mal den Strahl da noch, der da unten ist. Ja, pass auf. Ja, Marc. Ich parke unseren Wolf jetzt mal hier bei unseren anderen Tieren. Ein bisschen safety first. So, jetzt gucken wir mal, was kann man hier noch ein Level. Ich kann auf jeden Fall Gewicht, kann ich vertragen. Gewicht ist immer gut. So, und der Rest ist, ich weiß nicht, 33 sind wir denn schon. Ach ja, ein bisschen Sand, ein bisschen Klee, ein bisschen Salz. Okay. Bisschen Sand, ein bisschen Klee, ein bisschen Salz. Ja, okay, habe ich auch gekriegt, so ein Krimskrams. Gucken wir mal in die Hütte. Zack. Hey, die Viecher, ja, komme ich in die Tür rein. Ja, quaken die und kacken. Ich halt. Hier, sie sind in die Stuben rein. Töppi, wie hast du die erzogen? So, hier kommt das Zeug rein. Zack, zack. Ähm, das weiß ich nicht. Kommt auch rein, anscheinend. Ah, ich habe hier ein bisschen eine Kälte, packe ich mal in den... Dings, mach den Klee mal an, hier. Total. Dann, Marc, gleich hier. Ach so, ja, klar. Bau, 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 Bau. Ah, Kaptussaft fehlt hier. Könnt ihr Klee bauen. Den kann ich da rein tun. So, das sieht an für sich relativ... Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meister dieser Tiere und Kunden, das war ich schon immer. Hast du die Perlen? Guck mal, die Perlis. Die Schuetti. Marc, Marc. Ich will mal kurz hier noch Kaptusssaft holen. Zack. Dann Bau ist jetzt nämlich noch eine edle Mütze. So, Perlen sind drin. Zack, Perlen sind drin. Ja, wenn ich... Ha. Da brauchen wir Kristall für. Zehn Kristall. Supi. Dann sind wir dran vorbeigeritten, oder? Ein Kristall. Also, ihr habt keinen zu sehen, wenn ich gar nicht bin. Ehrlich? Haben wir da nicht drauf geachtet? Boah, das ist ja heftig, ne? Ist alles für den Shit raus. Ich glaube, ich weiß, wo Kristall gibt. Ist aber ziemlich weit weg. Äh, okay. Das wird den Rahmen sprengen. Da könnte ich aber... Da reite ich mit so einem Morletabs hin. Oder? Okay. Wie möchtest du das? Ja. So ein Morletabs. Der ist doch ein gutes Transportvieh. Da kannst du schön das Zeug reinhauen. Dann kann ich nochmal eine Wagenladung Eisen mitbringen. Und so ein Zeug. Wächst da nämlich alles. Zwar nicht da lang, sondern in Richtung unserer alten Hütte. Ja, dann guck, ich mach mal beim nächsten Mal... Beim nächsten Mal machen wir einen Ausflug zur kleinen Hütte. Kannst du mitkommen, wenn du willst. Na hoch. Wie sie wünschen. Können wir einen Ausflug machen zur kleinen Hütte. Nur mal gucken, was da noch ist. Und dann geh ich in die Berge. Bisschen Eisen hacken mit so einem Krimskrams. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich mir keiner in den Stein in den Kopf schmeiße mit, weil wir ein bisschen Zeug vorrätig haben. Hinter uns ist übrigens ein Kanu, fällt mir gerade auf. Der beißt da rum. Ja, stimmt. Ja, wollen wir nochmal kurz hier auf den? Unterbinden, unterbinden wir. Komm her Männer, Männer! Wer da? Na, Kate? Dann hat sich das Thema erledigt. Jetzt hast du alle mitgenommen. Yo. Hey, du hast hier viel von mir gekauft. Ne, 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 ne. Doch. Habe ich gar nicht. Ich habe die beiden hinter mir. Ne, ne, ne. Nur die beiden sind aufholen. Ach, die haben bestimmt angegriffen. Wegen Neutralen oder was? Wahrscheinlich. Ja, dann müssen sie alle mit. Kommt mit, Männer. Rück zu. Müssen wir die neue sortieren. Ach, du Scheiße. Das ist natürlich kacke. Oje, oje. Ja, dann, äh, macht mal den Volt. Hm. Ja, okay. So stehen sie schön kompakt. Hahaha. War so gewollt. So. Jetzt verabschieden wir uns hier. Genau. Ne? Männer, guck mal. Sieht da gut aus. Exzellent. Okay. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss. Tschüss.